Und morgen die ganze Welt. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Einfach weil er so wahnsinnig wichtig und aktuell ist und trotzdem finde ich nicht so mit dem Vorschlaghammer so sofort draufgehauen hat, also dass man nicht nur das Gefühl hat so, wir geben euch jetzt hier eine Moralvorstellung und bitte liebe Welt, dreht nicht durch, sondern geschafft wurde eine Geschichte zu erzählen und den ZuschauerInnen ebenso die Möglichkeit zu geben, wie möchte ich mich entscheiden? Wo wäre dann meine Grenze und wie weit würde ich gehen und wie weit muss man vielleicht auch gehen? Und das fand ich einfach toll, wenn Filme so anregen können und trotzdem einfach gut erzählt sind und gut filmisch gemacht sind. Und hier hat das einfach auch wieder super gut funktioniert, dass man halt so ein rundes Paket bekommen hat, in das sich der Zuschauer so reinbegeben kann. Ja, das war das Filmplakat, ne? Wo sie umarmt.